Wir werden direkt mit der Harley von der Kirche aus auf den Highway gefahren. Und ich wollte auch unbedingt so ein weißes Brautkleid haben. Mann, das hätte so geil ausgesehen auf dem Motorrad mit dem ganzen Tüll und dem Schleier im Wind. Hatten alle schon geplant. Ja, dann waren wir am Strand auf Gomera und er wollte schwimmen gehen. Und erst wollte er gar nicht, weil ihm das Wasser zu kalt war und ich habe ihn noch ausgelacht. Ja, und dann ist er einfach nicht mehr wiedergekommen. Es ist, als ob dir das Gehirn explodiert. Du denkst die ganze Zeit, das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. Das Gehirn, das kann einfach nicht kapieren, dass es so ist. Das ist das Schlimmste, dass das Gehirn so langsam ist. Das ist das Schlimmste, das ist das Schlimmste. Untertitelung des ZDF, 2020